Moin meine lieben Zockerstachel, willkommen zurück zu The Forest. Hallöchen. Und nachdem wir nochmal zurückgegangen sind zu unserem Feuer, was nicht mehr existiert. Ja. Und wir wahrscheinlich den richtigen Weg gefunden haben, gehen wir jetzt nochmal an Anna. Ja. Aber wir wollen lieber den falschen gehen. Genau. Wollen wir einfach rechts anfangen und rechts rumgehen? Links rum, also so Uhrzeiger sind. Aber die nächste. Ja, genau. So wie hier. So eine kleine Nische. Ob wir hier noch was Schönes finden. Ein kleines Feinchen. Okay, hier geht's hoch. Ich fahr das nicht. Schon klar. Ich muss doch gleich nochmal schon wieder was essen. Das ist unglaublich. Okay. Hier geht's tief runter, glaube ich. Ja. Machen wir später. Ich gehe erstmal geradeaus. Da haben wir Gesellschaft. Zwei bis jetzt. Drei bis jetzt. Okay, tut das. Ja, ich auch nicht. Das gab jetzt ein bisschen Rüstung minus. Du hast den nicht. Ich gucke mir den anderen, ne? Oh, das ist noch einer. Noch zwei, drei. Oh Gott. Das ist echt nicht hier. Das ist echt nicht hier. Ich bin geschlagen. Ja. Wir lachen noch mehr. Alter, das ist eine Leiche kaputt gemacht, du Schwein. Nur weil du Hunger hast. Wollten wir essen. Okay. Wo lacht hier noch wer? Hä? Er lebt noch. Was? Jetzt nicht mehr. Oh, hier geht's noch weiter. Hier sind auch Zelte zum... Wo wir nochmal speichern können sonst gleich. Ich wäre erstmal für... Ja. Ich guck mal, ob da ein Feuer ist. Dann müssen wir keins machen. Ja. Dann holen wir mal die kalten Leiber. Ja. Um sie auszuführen. Mh. Mh. So. So, so, so. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Gewusst hat der Sack auch schon wieder. So, das... Aber jetzt haben wir ganz schön viele Knochen jetzt, ne? Ja, jetzt... Aber ich bin auch wieder nur noch auf halb. Du wahrscheinlich auch. Ich habe gar keinen mehr. Gar keinen mehr, siehste? Nee. Ich hatte ja nur halb. Eine Leiche ist dann auch? Ja. Ich bin auf dem Wege. Ich schmeiß mir den jetzt aber erstmal hin. Nochmal zwei Beine ab und so. Ja. Die sind auf Beine, ne? Ja, also Beine sind schön. Das Problem bei den Beinen ist, da, wo sie am schönsten werden, gehen sie den Arsch. Ah, wie schlecht. Oder? Ja, echt schlecht. Das ist jetzt so. Verdient. Wie viele Knochen habe ich? Fünf. Einen nehme ich mir erstmal. Ich lag doch gerade noch am Arm rum. Schön. Jetzt ist er weg. Komisch. Willst du hier noch was von haben oder soll der mit rauf? Ah, nee, der darf jetzt mit rauf. Der darf jetzt mit rauf. Hier ist noch ein Zettelchen. She's no dead. She's sleeping. Oh. Farbe ist hier auch nochmal. Oh Gott. Ist hier noch was in den Kisten? Das sehen so aus wie da ist noch was in den Kisten. Nur beschriftete Kisten. Sind gute Kisten. So. Also ich kann mir zweimal Rüstung machen. Ja, mach mal. Mit dem, was ich jetzt habe. Hier liegen jetzt ja noch ein paar. Okay. Aber das sind keine Zelte. Ich glaube, ich habe hier keinen Speicher. Punkt. Ich habe gedacht, hier kann man speichern, aber nö. Tragen, tragen, tragen. Computer sagt nein. Der Computer sagt nein. Ah, mein Napio. Ah. Was war es? Es rumpolterte. Ja, von oben, ne? Irgendwo, ja. So, wie viel hast du jetzt? Ich habe dreimal Rüstung angelegt. Okay. Dann nimm mal den Rest auf. Was hast du? Mir fehlen drei. Nee, du hast gar keine? Nein, mir fehlen drei. Dann bin ich voll. Ach so. Ist ja ein Luxus. Ja, ne? Ja. Dafür habe ich nicht mehr viele Ambus-Dinger. Zwei noch. Ich kann dir welche geben. Der andere hat mir so viel geklaut vorhin. Ich muss mir gerade mal ein Bein rauflegen. Ich habe schon wieder Hunger. Oh ja. Ich wollte mir auch was rauflegen. Oh, eine Hand gibt es heute. Dann nehme ich ein Bein, damit wir das nicht verwechseln. Ja. Ja, es soll auch ihr gerecht zugehen, ne? Ja. Nein, nicht zu nah hier ran. Ist auch so eklig, weil die Knochen so richtig durchgebrochen sind, ne? Mhm. So. Machen wir mal eine Soda. Ein Bein bringt, glaube ich, mehr als ein Arm. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt wirklich ganz leer und esse ein Bein und bin halb voll. Ja, genau. Ja, dann ist es gleich. Ich hatte auch einen Arm und bin auch halb voll. Okay. Dann gehen wir hier nochmal ein Stück weiter. Mal gucken. Ich glaube zwar nicht, dass hier noch irgendwas ist. Nö. Nein. Man kann nur den Berg erkennen. Hier waren einfach nur verkackte Gegner. Ja. Warte, hier sind noch Pistolen-Munitionen in der Wand. Okay. Ja. Gut. Dann gehe ich mal zurück. Da war ja Wasser. Ich glaube, da konnte man tauchen noch. Tauchen, ne? Ja. Ich glaube, das auch. Das ist übrigens nicht nur bei Forrest so. Ich bin bei fast allen Spielen, außer bei Tomb Raider. Da bin ich am besten mit Fall und Bogen. Aber bei allen anderen Spielen bin ich die, die sich dann ins Getümmel stürzt. Okay. Und dann ganz viel Schaden kassiert. Was ist das? Ist das hier? Nee. Ich dachte eben, wir sind jetzt da, wo man den Bogen findet. Aber ich glaube nicht. Ein paar Drinks, die können wir noch mitnehmen. Wie? Kann ich keine Soda nehmen? Oh, mein Soda ist voll. Was? Wir genehmigen dir doch mal ein paar Schlückchen, ne? Ja, hab ich. Und ich gönne mir jetzt auch einmal Medizin, weil da kann ich wieder welche mitnehmen. Ganz klar. Warum macht man das sonst, ne? Ja. Ein Sauerstoff ist gleich leer. Ja, so ein Drittel habe ich noch. Nee, ich muss mich jetzt, glaube ich, echt beeilen, dass ich wieder schnell hochkomme. Ich muss jetzt mal überlegen, welche Richtung wir müssen. Andere. Ah. Natürlich die andere Richtung. So. Benutzen. So, ich habe einmal meinen Sauerstoff einmal aufgefüllt. Mach ich wahrscheinlich auch gleich nochmal. Auf jeden Fall vom nächsten Tauchen, wenn ich dran denke. Andere Richtung. Ah, okay. Töö. Ah ja, dahin der nette Mann. Stimmt. Das ist ja auch ganz schwer, wie ein lauten Wasserfall. Ja. Ach ja. Ich gehe hier weiter. Ja. Man sieht den Wasserfall kaum, aber man hört ihn. Da hast du wahr. Wahr. Ist gar nichts, oder? Nee. Aber mit Glück kommt nur noch ein Weg und dann... Und dann ist schon das Ende, ne? Pass. Wenn es das dann ist, ja. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also hier ist nochmal, äh, tauchen. Ja. Ich glaube... Warte. Äh, benutzen. So. Diese Lampen mochten sie nicht, ne? Die haben sie alle ins Wasser geschmissen. Ja. Verstehe ich auch nicht. Hm. Ein bisschen Licht in so einer Höhle ist ja schon... Irgendwie... Was Feines. Ich weiß nicht warum. Mit Licht hatte ich sofort einen Trigger zu einer Sache von vorgestern, glaube ich. Hat so von meiner Cousine irgendwas erzählt. Mit dem Licht an seinem Fahrrad. Und mein Skifahrer irgendwas mit Dynamo. Und ich... Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad. Dynamo. Und alle gucken mich an wie so ein Dulli, ey. Wir haben es gefunden. Kennt ihr das nicht? Wir haben es gefunden. Hier ist das Camp. Und hier findest du den Sportbogen. Okay. Ganz viel Alkohol. Ganz viele Leichen vor allen Dingen. Oh ja. Alkohol geht immer. Wo ist denn der Sportbogen? Der muss hier irgendwo liegen. I cannot see... Hier sind Pfeile auf jeden Fall. Ich muss mir kurz mal Stoffpfeile machen, weil ich zu viel Alkohol habe. Ja. Das mach ich jetzt auch gleich nochmal. Aber wo ist der fucking Sportbogen? Ich den nicht sonst hier immer. Ah, da. Auf den Kartons. Moderner Bogen. So. Jetzt würde ich ganz gerne entfernen. Gehe alle auseinandernehmen. C. So. Weil die Taschenlampe würde ich jetzt natürlich gerne an den anderen Bogen nehmen. Oh, hier sind Pfeile. Die guten. Das stimmt. Bogen. Ja, geil. Da freuen wir uns jetzt schon ein bisschen drauf, ne? Was hast du gemacht? Ich hab den handgemachten Bogen jetzt auf... äh, den neuen Bogen auf zwei gelegt. Jetzt brauch ich wieder Klebeband. Ich hab kein Klebeband, ey. Ich hab... Ich auch nicht. Shit. Na gut, vielleicht finden wir hier leider noch was. Wie ging das denn nochmal mit dem Zusammenführen? Äh, du musst einmal deinen Rucksack in die Mitte packen und den Bogen. Stimmt. Kartaneroski Axt. Verbesserter Speer. Nee, das brauchen wir ja nicht. Gehe alles entfernt. So, ich mach uns mal kurz ein Feuer an, damit wir nicht so frieren. Hm. Und essen muss ich auch gleich schon wieder. Okay. Ja, ich auch. Oh, mir ist kalt. Nicht hier noch irgendwo was in der Ecke? Nö. Ist eigentlich ein krasses Camp, ne? Weil die ja auch nicht, äh, äh... Ja. Die können ja auch nicht, äh, schwimmen. Dementsprechend... Es ist schon erschreckend, was... Wie das hier alles hinkommen ist und vor allen Dingen, wie die hier sterben konnten, wenn diese Monster hier eigentlich gar nicht hinkommen. Ja. Eigentlich ja. Ne? Die sind ja vergiftet im Pfeil. Was war vergiftet noch? Ähm... Gesundheitsmischung? Ähm, mit den... Mit diesen Bären. Diese Heckenkirsche, glaub ich, ne? Shit. Hab schnisch. Ich hab eine zu wenig. Hab schnisch. Na gut, dann einmal ein bisschen Alkohol drauf. Alkohol? Auf die... Ach so, auf die Falle mit dem... Dass du sie anzünden kannst. Richtig. Okay. Oh, das quach ich, glaub ich, auch. So. Gibt das auch bei den Armbrustbolzen? Das ist so traurig, dass... Das fiegt die Armbrustbolzen mit in... Hm. So, gut. Was haben wir hier? Ein Bein. Rauf damit. So. So, ein bisschen Alkohol mitnehmen noch. Ich hab auch grad wieder eingesteckt hier. Ist denn hier noch was? Ähm... Ne, die Kartons kann man nicht kaputt machen. Ich speichere grad einmal. Ja, das mach ich auch gleich nochmal, bevor wir wieder losgehen. Ähm... Weil ich glaube, wir haben jetzt nur noch den Weg Richtung Ziel. Wir legen irgendwelche Kugeln auf dem Boden. Zu denen wir nicht die Waffe haben, glaub ich, oder? Ja, ja. Die haben wir noch nicht, die Waffe. Aber die Kugel kann man ja mitnehmen. Ja, dann hat man schon mal welche. Ah. So. Ich bin halb... Amt fertig. ...gegessen. Aber ich nehm noch ein paar Schokoriegel, weil ich hab 13 Stück. Dann bin ich voll. Dann nehm ich noch ne Soda. Boah, das hat mir grad kaum was gebracht. 13 Schokoriegel. Ich glaub nur 5. Was ist da los bei dir? So. Einmal speichern. Und dann können wir wieder zurück. Wenn das für dich okay ist. Hm. Ich glaub ich erst noch ein Bein, weil ich irgendwie Hunger habe. Okay. Noch nicht so richtig gesättigt. Ah, okay. Er braucht mein Körper jetzt ein Bein. Ja. Dann... ...soll man ihm das Bein... ...das soll ja nicht vergehen. Nee. Flacher kannst du nicht mehr werden, ey. So. Let's go. Auf geht's. Ja. Ich werde es super so voran stimmst. Ich wüsste gar nicht, wo ich langen müsste. Im Zweifelsfall von da, wo wir gekommen sind. Es ist schwarz. Wir sind unter Wasser. Aber mich siehst du, ja? Ja, jetzt kaum noch. Weil du grad so flott warst. Aber ja, dein Hintern sehe ich noch. Ah. Der ist sexy, oder? Er ist sehr verschwommen. Ich bin unter Wasser. Er ist sehr unscharf. Ja, okay. Okay. Das höre ich auch. Verstanden. Ist angekommen. So. Oh, ich... Hab dich... Ich dachte... Ich hab dich eben für den Gegner gehalten. Mich? Ja. So, ich glaube... ...das war der letzte Gang. Oh, da ist hier noch was? Nee. Nee. Oder? Warte. Hier kam wer her. Da geht's zurück. Okay. Aber... Grüße dich. Es dauert noch. Dann ist ja gut. Die Frage ist... Warte mal eben. So, warte. Zwille, handgemacht. Aber warum... Brennende Waffe. Warum kann ich brennende Waffe... ...nicht machen? Verstehe ich. Was meinst du denn? Handgemachte Keule gemacht. Oh, du kannst sogar... Den... Ich hab einen Tennisschläger aufgehoben. Du kannst den mit Zähnen und Federn versetzen. Und mit Alkohol. Und dann kannst du da Schaden mitmachen. Kannst dann mit Leuten verzögeln. Ah, ich muss den verbesserten Stock nehmen. Ja, das stimmt. So, ich wollte einmal... Weil wir so frieren. Komm mal zu mir. Komm mal kuscheln. Ja. 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 Das ist in meinem Gesicht. Es ist aber krass, dass ich keinen Schaden kriege, wenn ich da drinnen stehe, ne? Mhm. Wahrscheinlich nur, wenn du mich damit schlägst oder so. Ich weiß gar nicht. Kann ich damit schlagen? Ja. Ja. Okay, ich bin trocken soweit. Du bist trocken. Na, dann haben wir ja schon alles geschafft. Oder? Ist gut, dass ich mich trocken gemacht hab. Oh. Das war sehr klug. Jetzt ist es gleich wieder kalt. Mhm. Dann mach ich das halt nochmal. Mhm. Weil es ist auch nicht gut, wenn wir uns da oben einen abzittern jetzt. Da waren ja ein paar Gegner. Ja, das stimmt. Tatsächlich zittert dein Name vor mir, weil du frierst. Huschlichkeit wird's jetzt. Ich hab das gerne in mir stecken. Sieht von hier oben nicht so gut aus. Wenn das so in meiner Brust steckt. Aber mir ist warm. Ich dampfe. Was machst du denn? Ich guck da gar nicht hin. Ich will das nicht sehen. Oh, Schreck. Oh Gott. Guck mal, ob ich mit denen zuschlagen kann und die Leute anzüchten kann. Mal gucken. Weiß ich mir jetzt nicht, wie viele hier kommen. Ich rüste mal den neuen Bogen aus. Was ist er denn? Da hinten ist noch ein Galoppel. Ist er der einzigste noch hier? Hallo, Galoppel. Oh nein. Es brennt nicht mehr. Es brennt nicht mehr. Es brennt nicht mehr. Es brennt nicht mehr. Bleib stehen. Ich fange fest, ich fange fest, ich fange fest. Ich glaube, das war's. Okay. Das war's. Wir gucken uns hier nochmal um. Aber ich glaube, hier ist sonst nichts. Außer die große Tür. So, einmal abhängen. Von hier kamen wir. Dann ist hier doch noch was. Komm mal mit. Guck mal hier. Ja. Ja, mit da. Guck mal, das Loch. Das Loch. Ach so. Krass. Und hier ist noch ein Koffer. Ja, aber ich glaube, das ist nur neues. Klamotten. Neues. Neues Klamotten. Ja, das macht nichts. Ich mag gerne, das ist immer neues Klamotten. So. So, wollen wir dann bei der nächsten Folge dieses Tor öffnen? Ja, können wir machen. Komm mal. Ja. Ja, dann. Ja. Wir lieben. Ich weiß gar nicht, ich bin da. Du bist oder ich bin. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, du bist. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Im Namen von uns beiden. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid, Abo. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Wenn wir nochmal, schreibt was in die Kommentare. Empfehlt uns weiter. Wer Bock hat, einen von uns zu unterstützen, mal in die Videobeschreibung gucken. PayPal-Link. Ja. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Und dann gehen wir durch die Tür. Willi. 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 Vielen Dank.